Der Formel 1 ist Kindergarten, muss man sagen, gegen das, was ein junger Mann gestern auf der Berliner Autobahn Avus veranstaltet hat. Mit mehr als 280 Stundenkilometern ist er dort entlanggerast mit diesem hochmotorisierten BMW. Erlaubt sind auf dieser Autobahn 100 kmh. Bei seiner Performance überholt er dabei eine Polizeistreife, worauf diese den 18-Jährigen verfolgte. Der hatte seinen Führerschein gerade mal ein halbes Jahr und dürfte jetzt, naja, aller Voraussicht nach erstmal keinen mehr haben. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.